Ja, die Lady steht raus und wartet auf mich. Oh Gott, oh Gott. Hey, look, sieht sie nicht aus wie ihr Vater. Ich sag's da so viele Namen und wieso hab ich nur einen Namen. Ich hab nur einen Namen. Ich hab keine Ausgaben. Ich hab nur einen Namen. Ich kann ihn auch so kriegen, alles klar. Nee, der chillt ja dahinter. Ich kann ihn so nicht kriegen. Steh ich nicht. Ich muss ihn durchwühlen. Ich kann doch hier durchlaufen. Was hab ich denn gedacht? Dass so ein Zaun ist oder was? Wieso ist das ein Typ, ey? Das hätte so eine gute Frau sein können. Und die ist... Das ist meine Tochter Luana. Okay, hier wird's wie bei meinem Humbau angekommen. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Und jetzt explodiert's euch neben mir. Ich bin in Sicherheit. Durch die Pflanze. Danke. Tell mir's wird's aus. Hier fühl ich mich wohl. Natürlich wegen des Bieres. Natürlich wegen des Bieres. Okay, wieso dachte ich, ich kann da durchspringen? Aber es sieht doch ganz danach aus. Findet ihr nicht? Hoi. Hä? Hä? Steh ich nicht. Also, es ist für mich der... Also, für mich ist es quasi, wo ich sag, das ist der Eingang. Aber ich habe keine Idee. What the fuck? Leute, ich hab das 30 Mal probiert. Warum geht es jetzt? Bloß, weil ich das Fenster länger angeguckt habe, oder was? Wie sollte ich das denn machen? Warte mal. Oha! Nein! Ah! Okay. Mir haben wir aus der Ecke geguckt, der ist nach Bauten. Ein bisschen shy. Shy Latte. Schüchterne Milch. Warum? Hä? Warum darf ich den jetzt nicht killen, oder was? Der kommt doch dann einfach nur wieder. Der hat sich wegschleift. Seit wann ist das denn erlaubt? Ich darf mir auch nicht wegschleifen. Die klären mich da auch gleich. Das ist der Dank. Das Spiel hat mega Charaktere. Ja, das finde ich auch. Es ist wirklich schön anzusehen. Außer das, was ich jetzt gerade gesehen habe. Haha. Und jetzt wartet er die ganzen Jahre hier im Schrein, nur um gegen mich zu kämpfen. Und das Unfaire ist, wenn ich sterbe, darf ich einfach wiederkommen. Wenn er stirbt, darf ich weitergehen. Das ist halt einfach die Geschichte eines Gewinnerers und eines Verlierers. Ist das jetzt meins? Nein. Es ist nicht meins. Nein, ich wollte es nicht haben. Jetzt ist das Link ein bisschen her und her gerissen, würde ich sagen. Nein, ich wollte es nicht machen. Nein, ich wollte es nicht machen.